Die 5mm Lesebrille von I Need You ist die mit Abstand flachste Fertiglesebrille mit Vollrand, die es derzeit auf dem Markt gibt. Schon beim Betrachten der Schachtel fällt auf, dass hier sehr viel Wert auf Minimalismus und schlichte Eleganz gelegt wurde. Neben der Brille wird ein braunes Kunstleder-Edwi mit eingraviertem I Need You Logo mitgeliefert. Darunter befindet sich die 5mm Brille im Panto-Format in mattem Havanna-Design, die natürlich den europäischen Anforderungen für Fertiglesebrillen entspricht. Auf dem Glas selbst befindet sich ein abziehbarer Aufkleber mit der Dioptrienzahl und dem Pupillen-Abstandswert. Die Bügel sind aus hochwertigem Edelstahl, das sehr filigran wirkt, gleichzeitig jedoch absolut stabil ist. Die Bügelenden sind farblich passend zum Brillendesign beschichtet und sorgen für einen guten Halt. Mit nur 13g ist die Brille denkbar leicht und zusammengefaltet, lediglich 5mm dünn. Überhaupt spürt man diese ultraflache, ultraleichte Brille beim Tragen überhaupt nicht. Wohl nicht zuletzt deswegen erhielt die 5mm Brille den German Design Award für Excellent Product Design. Erhältlich bei I Need You Partner Optikern über www.ineadyou.eu Untertitelung des ZDF für funk, 2017